Meine lieben Damen und Herren in der weiten Welt, wir haben einen historischen Zeitpunkt nun heute Morgen in der Kälte des Advents in Brilon erwischt. Die große Kugel, der Hahn unserer Propsteikirche mit einer Urne, einer Kupferurne von Herrn Becker bearbeitet, versehen mit einer Urkunde. Dieses alles wird demnächst oben auf die Propsteiturmspitze wieder kommen, damit der Hahn nicht nur die Windrichtung uns zeigt, sondern auch kräht auf den Ostermorgen hin. Und dieses Gold möge uns immerzu entgegenleuchten, dass wir in der Stadt wissen, einmal hier ist die Mitte und man kann von Weitem es ersehen und wissen, dass der Herrgott, denn Gold ist ja eine Farbe für den Herrgott auch, dass er mitten in unserer Zeit, auch wenn vieles nicht mehr so wahrhaben wollen, ist. In diesem Vertrauen, auch in die Zukunft gesetzt für Kinder und Jugendliche mit, wollen wir den heutigen Tag verstehen. Ich grüße Sie ganz herzlich aus unserem schönen, verschneiten Brilon. Dankeschön. Wir alles segnen, was fleißige Hände bereitet haben, unser Kunstschmied Herr Jürgens, Herr Rohrberg als Diplomingenieur und Architekt und alle, die mitgewirkt haben, unser Herr Becker, die Herren und Damen des Kirchenvorstandes und die Messdiener unserer Propsteigemeinde. Der Herr sei mit euch. Allmächtiger Gott, wir bitten dich um deine segnende Hand über all diese Zeichen des Glaubens, die durch Eifer und Mühe und Berechnung durch gute Gaben in unserer Stadt hergestellt worden sind. Segne die große Kugel, den Wetterhahn mit all den Zeichen und Daten der Geschichte unserer Propstei. Segne das große Kreuz, das auch wieder auf unseren Turm kommt. Und segne alle Menschen, die Zuflucht nehmen zu diesen Zeichen des Glaubens, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus, das Taufwasser ist Zeichen unserer Geschichte mit unserem Herrn Jesus Christus. So möge nun dieses Wasser diese Zeichen noch einmal segnen. So, jetzt gebe ich euch die Urne. Also die Urne wird demnächst in diese Kugel kommen. Auf diese Kugel kommt das Kreuz und der Hahn. So werden wir es sehen. Kann man hier nicht auf Pallung bauen? Die Arne auch noch. Dann fallen wir ihm einmal runter Kugel holen. Das kann ich leider besser annehmen. Geht das so? Ja. Weiter unten. Weiter unten. Weiter unten. Weiter unten. Kupfer reinzukriegen. Da braucht man doch keine Angst haben. Ich komme ja hinterher wieder um. Guck mal genau noch wieder tiefer. Ja. Das müssen wir kurz nochmal machen. Ich glaube nicht. Ich muss das mal einfach nicht auflegen. Oder? Kann ich denn nur jetzt? Oder kannst du gleich abpusten? Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Ich sehe nichts. Du kannst mir schon nicht reden. Du hast alles schlecht. Du hast das besser. Du hast das besser. Du hast immer Klaus in den Kugeln. Ja. Ja. Das ist ja so. Da muss ich nur hin. Also auf den Kreuz Stammball. Okay. High five. Komm. Alles gut. Der hat ja eine Hände. Aua. Den tut er nicht. Den tut er nicht. Der hat nichts verdient. Das. Ich schicke mich weg. rufe ich mich weg! Ich nehm mich weg! Oh ja. Ich war, es war. Was war wohl wohl? Ja. Oder sich das nicht wahr? Pul!